Hallo und Herzlich Willkommen zurück hier im LS19 auf der Ravensberg. Ja, in der letzten Folge waren wir ja bei dem Feld 1011 bei. Oh, das ist jetzt gerade zum Aufnehmen. So ein Kratzen am Hals. Naja, müssen wir jetzt durch. Eigentlich haben wir angefangen zu grobern. Das habe ich natürlich fertig gemacht. Und ich weiß nicht wieso, aber ich war der Meinung, dass wir heute Nachmittag anfangen können, den Mais zu dreschen. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber der Mais ist erst... Ist jetzt am nächsten Tag. Wäre er so weit, wenn das bei uns so hinhauen würde. Sojabohnen, Mais und Zuckerrüben würden ab morgen erntereif sein. Oder laut Anzeigen. Müssen wir mal schauen. Weil dann haben wir morgen nämlich einen, oder für den morgen Tag einen straffen Zeitplan. Es soll erst mal trocken bleiben. Das ist das Wichtigste. Es soll erst mal trocken bleiben. Und das ist für mich wichtig. Wir sind hier gerade im Auftrag. Ein bisschen Raster dreschen nochmal. Habe ich noch so gefunden. Kriegen wir 7000 Euro irgendwie? Ja. 7200. Wir brauchen ja sowieso ein bisschen Geld, ne? Ein bisschen mehr Geld. Für unser Vorhaben in nächster Zukunft oder naher Zukunft. Auch damit wir nicht so viel Kredit aufnehmen müssen, ne? Aber ich glaube nur durch den Verkauf der Ernte werden wir das nicht so reinkriegen, dass wir uns da Kühe und Maschinen und sowas kaufen können. Wir schauen einfach mal. Ne? Oh Gottchen. Kleine Müdkeitsanfall hier. Ja, ist eigentlich nicht so spannend, ne? Jetzt ja gerade. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir dann am Morgen Tage irgendwie was ernten können. Ob das denn mit Mais ist, die Sojabohnen oder die Zuckerrüben. Auf die Zuckerrüben würde ich ja eher gehen wollen. Das ist zwar auch noch ein kleineres Feld, aber... Dann müssen wir auch noch mal gucken, ne? Dann müssen wir uns die Geräte mieten. Für den Trecker. Den Krautschläger und den... Oder den sozusagen. Dass wir ein bisschen Geld kosten. Und dann brauchen wir noch einen Kippanhänger. Also... Kein Drehschimmel, sondern... Ja... So einen anderen Halt, ne? Müssen wir auch mal gucken, was wir da nehmen. Die müssen wir uns auch noch mieten. Geht natürlich auch noch ein bisschen Geld für die Miete. Auch noch alles drauf. Weil die Ruder kommen, die haben länger als eine Stunde. Wird ja ein bisschen länger dauern. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Müssten wir mal... Einmal gucken... Was wir da so bezahlen müssten. Wenn wir hier einmal den Helfer reinhauen. Können wir mal gucken. Und wir werden nämlich hier uns diese beiden... Stück aus sein. Das sind wir bei 1100... 5000... Ich kann es so 6000 ungefähr sagen. 6000 Euro. Plus ein Anhänger. Der Bandit der Krampel wäre schon nicht schlecht. Der Bandit der Krampel wäre schon nicht schlecht. Das ist alles Drehschimmel. Das ist alles Drehschimmel. Das ist alles Drehschimmel. Das ist alles Drehschimmel. Das ist alles Drehschimme. ist alles Drehschimmel. Ja, wir schauen mal, ne? Natürlich muss der Roder denn da auch da rüberkommen, ne? Also darf der auch nicht zu groß sein. So, ich guck mal, ob ich da irgendwie was finden werde. Nochmal. Oh, ich guck, jetzt befinden sie sich hier, ne? Oder? Beim Johnny haben sie sich irgendwie immer bewegt, ja, nicht, ne? Keine Ahnung. So, dreimal vorgewendet sollte auf jeden Fall reichen. Dass wir hier rumdrehen können. Mal gucken, ne? Wir könnten hier natürlich Feld 2 noch mal wieder mähen. Aber hab ich jetzt irgendwie nicht so gut Lust drauf. Wird es ja auch nicht Kohle geben. 34, na gut. Wir haben nicht alle Maschinen. Wir haben keinen Wickler. Wir haben natürlich ein bisschen... weniger. Aber ich zeig mal, so 30 ungefähr würden wir trotzdem noch rauskriegen. Das wäre natürlich nicht so schlecht, ne? Aber... Auf Gras und Lohn habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Und wenn, dann höchstens meine eigenen Wiesen. Aber die haben wir ja nun gerade erst gemäht. So, wir müssen mal gucken im nächsten Frühjahr, ne? Was da mit dem... Ackergras ist. Ob das, wie gesagt, nochmal nachfächst oder halt nicht, ne? Das wies ich in... In Seasons auch noch nicht so wirklich. Aber auch das, wenn wir noch irgendwie hier rausfinden. So, haben wir halt Vorgewende. Also guck ich... Ah, Vorgewende ist eigentlich fertig. Ah, ne, noch nicht ganz unten. Fällt ja noch einmal. Ist doch einiges runtergekommen. 32% haben wir jetzt schon. Ah. Mal schauen. Staubisch. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Namen im... Ach, warum... Im Anhänger drinne haben. Meine Güte. Ich sag's auch immer wieder. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich bin ja auch mal gespannt, wie viel wir hiervon noch wieder abzweigen können, dass das für uns ist. Jetzt 34%. Mal schauen, ne? So weit müssen wir es diesmal auch nicht bringen. Bis zum Hafen. Zum Glück nicht so weit. Nö. Und nicht wieder runter bis zur... zur Zuckerfabrik. Kfft. Kfft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020